Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay, zurück bei Flughafen, Feuerwehrsmanalo 2013. Herzlich willkommen. Jetzt geht weiter. Wenn es euch gefällt, macht ein Däumchen nach obenchen. Und ein Aböchen, würde ich mich auch freuen. Okay, jetzt wird das Schmarrn. Ähm, also Abo freut mich, Daumen hoch auch, wenn es euch gefällt. Bluranschen-Arzebos. Jetzt geht's los. Dies kann je nach System einige Minuten dauern. Guten Morgen, Männer. Frauen sind ja nach wie vor gerne anwesend, aber wir machen schon das Beste daraus. Ja, wir machen das Beste daraus. Ja, ja. Ja, ja. So. Los geht's, ihr Luschen. Auf geht's, Burm. Schlaf mal ein wenig. Saß ich mal bayerisch raus. Na. Bin ein Lederhusen-Bur. Ja. Geht die Sonne herauf. So. Na, geht weg. Ist der fahrende Dreckhaufen dein Fahrzeug? Ja, das ist meins. Mein Dreckhaufen ist mein... Oh Gott. Schaut euch jetzt mal an hier. Okay. Gleich mal hier, ne. Ihr wisst schon. Na Gott. Okay, das tut mir echt leid. Aber gleich nicht mehr. So. Und jetzt zur Spritzpistole. Zack. Und los geht's. Tschöken. Oh, Alter. Was denn? Ich bin mal Autoroschen. So. So. Jawoll, jetzt wird's wieder sauber. Halleluja. Ja. Uhuhuhu. So, jetzt kann man's auch wieder lesen, was da steht. Hm. Cool. Schön weg damit. Cool. Geht doch. Und hinten noch. Hm. Schaut wieder toll aus. Einsatzbefehl für Florian 1. Ja, ja. Oberen Gate E. Jetzt hab ich grad Zeit. So, jetzt hab ich Zeit. Okay, zack, zack, zack. Hä, sauber ist es wieder. Tschickidi wiggidi. Uh, jetzt komm ich raus. Letzer. Also, oberen Gate E. Äh. Es geht los. Und ich baue Tank. Oh Gott, das will. So, jetzt hab ich mal wieder da unten. Oh. 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 Florian 1 an Landstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Habe ich gedacht, soll sie drehen? Habe ich gedacht, soll sie drehen? Habe ich nicht. Was denn? Achso. R, äh, E. Ehhh. Ehhh. Huuu. Gott. Es wills. Was ist denn da los da oben? Was ist denn das? What? Hm. Wo noch? Hä? Oben noch oder was? Oberen Bereich, ne? Was noch? Das ist D, oder das ist E, ne? Ah, da oben. Alles gelöscht, hier vorne. Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der BMA wieder zurückgesetzt. Verstanden? Jawohl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt fahren wir zurück. Und zwar tanken. So. Ne, ist nur Wasser. Wollen wir nicht. Falsch. So, Licht anmachen. So. Und. Und. Ach, ich geht ja. Da jetzt. So. Okay, dann können wir gleich mal dahinter fahren und die Zaunkontrolle weitermachen. Oh, yes! Oh, oh, yes, yes. So. Na dann fahren wir hinter. Cool, ist schön wie das Flugzeug da landet und startet. Schön, freut mich. Okay, hier ist der Zaun, huch, so, jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine Beschädigung finden. Gucken wir mal, wenn nicht, dann nicht. Ah, da drüben, oder? Ah ja, da ist eins. Cool, huch. Mensch, jetzt Kinder. Florian 1 an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Verstanden. So, melde ein Loch. Oh Gott, oh Gott. Was ist da los? So, fahren weiter. Ja. Nein. Okay. Schauen wir mal. Ahem. 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 So, dann fahren wir jetzt mal los. Irgendwo ist das. Ach, da hinten, okay. Ach, da hinten, okay. Ach, da hinten, okay. Oh Gott. Ah, hier. Okay. Schnell. Schnell. Raus. So. Zack, zack, zack. Ja, ich will die Feuerwehr. Ganz ruhig hier. Wow. Das geht da ab. Oh Gott, oh Gott. Ich hab das gesehen. Alter. Boah. Alter, das geht hier ab. So, jetzt fahren wir ham. Na gut, ich bleib jetzt noch stehen, das schaff ich nimmer. Ne, R-Kerpen. Tue es. Tue es. Tue es. Wappen wir einfach mal hier, bis es zwölfe ist. So. Falls es dir nicht aufgefallen ist, deine Schicht ist seit vier Stunden vorbei. Und? Ah, noch hundertfuchzig Punkte. Okay. Dann machen wir mal speichern. Und die fuchzig Punkte, die holen wir uns jetzt noch, was uns nervt mich das noch mit dem scheiß Zaun da. Die machen wir jetzt noch voll. Komm. Das nervt dir. Aber dann, geht's rund. Ich wills. Tach ihr Nasenbären. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Ja, ja. Weiter. 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 Hehehe. 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 So. Jetzt ab ins Bett. Hehehe. Ich hab eh nichts zu tun, als mit Schlafen. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Diese Zeit. Hehehe. So. Gut. Hallo. 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 wieder waschen. Ist ja mal wieder dreckig. Ne, das machen wir nicht. Wir machen beim Kauen weiter. So rum. So. Kein Bock da zu Dings da. Ne. Ah, ich tue lieber waschen. Der fährt voll langsam. Gott. Huch. Okay, waschen wir erst einmal. Das ist scheide. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei. Aufwache. Na, geh auf. Na, fit? Ja, alles fit. Bist du weg? Danke. So, machen wir es wieder sauber. Überall. So, muss ja mal sein, gell? Einsatzbefehl für Florian 1. Top Florian 1 verstanden. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss putzen. Ich kann das Feuer gerade mal am Ding vorbeigehen. Ja, okay. Gut, dann machen wir es weg. Zack, zack, zack. Okay, war doch der Dreck. Ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja zu. So, weg, 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 weg. Boah, alter. War das knapp. So, was soll das überhaupt geben? Und wo brennt's? Wo brennt's? Uh, wo? Ah da. Da rennen sie raus. Ah, da. Es brennt! Uh. Lustig. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Voll lustig, wie die alle rennen. Geil. Uh, 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 uh. So. Fahren wir da rein. Und auf geht's. Das war ganz hinterfahren. Mal schauen wir das Licht an. Oh. Haha. Haha. So. Okay, in the hole. Florian 1, an Leitstand, melde ein Loch, ist im Eimer, verstanden. Mensch, jedes Mal dreht er sich. Das nervt ja. Okay, da hinten ist auch noch eins. Das ist ein defektes Ding da. Oh Mann! Das wird schon dauernd. Jedes Mal. Irgendwas war ich falsch. Ich weiß es nicht. Die Wurst sind nicht, die Wurst sind nicht. Florian 1, an Leitstand, melde ein Loch, ist im Eimer, verstanden. Ein Loch ist im Eimer, kein Otto. Oh Mann! Ich will eigentlich diese blöde Zaunkontrolle weggraben. Damit wir uns endlich mal in die richtigen Sachen da gewöhnen können. Und ihr wollt ja auch mal was actionreiches sehen. Deswegen mache ich das jetzt gleich zu Ende hier. Mit dem Zaun. So, da drüben ist das nächste Loch. UmAA211, turnen Wirkung auf den genastischen Einsatzbefehl für Florian 1. DTH, des peut. Florian 1, an Leitstand, melde Einsatz. Angewand 1, an Leitstand, melde ein Loch im Zaun an meiner derzeitigen Position. Verstanden. Okay. Na dann mal los. Gate H. Muss man hin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Huch! Oh Gott! Knapp Sous-titrage ST' 501 Huch! 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 Ist hier was? Ah, da! Ok, ja ja ist recht Mein Gott Ok, dann gehen wir da runter Oh Mann Wie war das? Warte mal Da unten, oder? Ja Der WMA Alarm hat sich bestätigt Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der WMA wieder zurückgesetzt Verstanden Zack So Oh Mann So Schiff beenden Los, los, los So Jetzt müsste ich aber die Beförderung haben Jetzt habe ich aber genug Punkte Ich darf keine mehr rummeckern Da So So Und Bremsen Mensch Jetzt mal drehen Was nicht Ok Aufmachen Und zur Stechuhr Die 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 Juhu Cool Speichern Zack Zack Ja Florian 4 Florian 4 Und das machen wir beim nächsten Mal Danke fürs zugucken Und bis zum nächsten Mal